hallo zusammen ich bin böser gummibaum und ich werde heute wieder live streamen heute ist nämlich samstag der 15.6 wir werden um vier uhr anfangen battle brothers werden wir streamen zuerst die poachers kampagne weiter und dann vielleicht weiß ich noch nicht sicher vielleicht ein slayer spire run noch dranhängen oder ein bisschen rocket league spielen je nachdem nach was der sinn steht ja ich freue mich über jeden der vorbeischaut bis deinem